Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Jump League, hier auf PlayminiT und es geht los. Ist hier am Start, ist gerade ein Premium-Spieler auch mit dabei. Manche haben hier schon gerade ein bisschen wie ein YouTuber ist, man weiß es nicht. Man weiß es halt nicht. Keine Ahnung, selbst wenn es YouTuber ist. Scheißegal. Gut, ich habe gerade eben schon versucht eine Runde aufzunehmen, schöne Jumping-Runde. Aber ich muss sagen, das ist halt nicht so gelungen für mich. Ich glaube, ich blende es mal ein, was passiert. Boah, Junge. Dieser, dieser Ciao und Ciao. Also, es laggt. GG. Yay, es laggt. Boah, wir die Runde stürzen jetzt ab. Willst du mich eigentlich verarschen? Ey, Junge. Was? Ich bin auch noch gebannt. Für, 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 für. Eine Minute, äh, drei Minuten. Weil die Runde gerade abgesperrt ist. Was ist das für eine Kacke? Also, hoffentlich habt ihr das jetzt gesehen. Ähm, ja. Ich glaube, ich muss dazu weiter nichts sagen. Die Aufnahmen sprechen für sich selber. Aber gut, kann passieren. Muss ich jetzt drei Minuten nebenwarten. Und mich hier die nächste Runde auf. Habe ich die Kiste schon gelootet? Ach, scheiß drauf. Ich kriege eh besseres Equipment. Oder, jetzt kriege ich eine neue Chance, die Kiste zu looten. Weil ich das vorhin nicht getan habe. Yay. Aber ich habe schon gelootet. Gut, zu wissen, weiter geht's. Come on, komme ich jetzt bitte in... Oh, ich hatte gerade ein paar FPS-Einbrüche aus irgendeinem Grund. Und, weiß ich warum. Gut. Ich habe immerhin Stable, 300 FPS. Reicht mir aus. So. Habe ich natürlich alles hier kurz mit. Schön am Ausrüsten. Okay. Jawohl, First Strike geschafft den Part. Nice. Lol. Was ist das für ein Part? Habe ich das schon gemacht? Ich glaube, das ist neu. Kann das sein? Kann das sein, dass der Part neu ist? Ich glaube schon. Was würde ich das kennen? I don't know. Okay. Fast geschafft. Allein nur fast. Ja, warum ich überhaupt heute Jump League bringe? Keine Ahnung. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, Jump League dann das letzte Mal gebracht. Als ich über meine YouTube-Stadt so gelabert habe. Und seitdem habe ich keinen Jump League mehr gebracht. Obwohl ich Jump League echt mag. Deswegen heute mal nur noch Jump League. Ja. Und außerdem wollte ich eigentlich schon das neue Let's Play aufnehmen. Aber da die Abstimmung noch nicht zu Ende ist, konnte ich das noch nicht anfangen, weil ich noch nicht weiß, welches Spiel ich von den vier Let's Playen werde. Und nicht wieder dieser Part. Ich hasse den. Ich hasse dich. Ich liebe dich nicht. Ich hasse dich. Ich dachte, du liebst mich. Aber nein. Der Part ist richtig böse, müsst ihr wissen, oder? Ist richtig böse. Ja, deswegen zum Beispiel, weil man da nicht entlang jumpen darf. Der Part ist richtig böse mit mir. Hier seht ihr das? Seht ihr das? Das habe ich gesagt. So, zurück zum Thema, ne? Die Abstimmung ist noch nicht zu Ende. Deswegen kann ich... Muss das neue Let's Play nicht... Let's Playen. Das neue Game noch nicht Let's Playen. Das neue Let's Play aufnehmen. Ja. Ich glaube so. Ich hätte am besten ausgedrückt. Als ob ich nicht gesneaked hätte, ne? Ich habe sogar gesneaked, ne? Aber... Nein. Der hat nicht gesneaked. Nein, nein. Auch wenn er gesneaked hat. Er hat nicht gesneaked. Gorken, wenn man Minecraft hat, dass er nicht gesneaked. Ja. Okay, dann muss ich auf den Jump, ne? Auf dem Block da. Dann muss ich kurz ein bisschen später abpringen. Sehr gut. Ja. Jetzt noch der Let's Play. Let's Play. Let's Play. Jawohl. Okay. Part 7. Ja. Das neue Letztwerk konnte ich also noch nicht starten, weil die Abstimmung halt noch nicht zu Ende ist. Und... Deswegen gibt es heute eine schöne Jump League. Jetzt wurde auch schon fleißig in den Kommentaren geraten, welche Spieler hinter den Tags stecken könnten. Weil ich habe ja gesagt, es gibt vier Tags, für die man abstimmen kann. Und ja, hinter jeden Tag verwerbt sich ein Spiel. Aber ich verrate nicht, welches Spiel es ist. Und es wurde schon fleißig geraten. Ich muss sagen, ein Spiel wurde sogar fast erraten. Aber nur fast. Und ja. Vielleicht wird es noch erraten an niemanden, bis das Spiel sogar startet. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber eine wurde fast schon geraten. Ich glaube, der wird es sogar noch erraten. Und... Und... Ja. Die anderen Spiele, da hat noch niemand annähernd daran gedacht. An die Spiele, die ich gedacht habe. Ja. Mach mal gucken. So, hier lang. Zack. Oh shit. Fast, 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 fast. Aber diese Part ist extrem schwer, muss man auch sagen. Ich habe den Part bisher einmal gespielt, als der neu rausgekommen ist. Ja. Und es war aber normal. Und es war so unglaublich. Den habe ich nicht geschafft. Aber... Vielleicht schaffe ich das diesmal. Jetzt wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin zweiter zur Zeit. Okay. Zack. Okay. Mein Jürgen. Mensch, Jürgen. Aber diese Part ist extrem schwer, muss man einfach sagen. Mit der neuen Blöcke der 1.8. Ist es noch schwieriger? Ist es eigentlich nicht, aber... Digga, dieser Jump, Alter, ist so fucking knapp. Jedes Mal. Okay, das war jetzt nicht knapp. Das war jetzt einfach nur... Scheiße von mir, wie ich gejumpt bin. Alter, meine Hände schwitzen schon langsam. Ich weiß nicht, warum. Ich bin jetzt aufgeregt oder so, aber... Meine Hände schwitzen schon trotzdem. Ich möchte halt einfach diesen Jump hier schaffen, ne? Ist, glaube ich, verständlich. Weh, Junge. Alter, okay. Ne, sorry, ich bin raus. Nein, tschüss, ich liebe jetzt keinen Bock mehr. Mensch, aber dieser Part ist echt so verdammt schwer. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal diesen Part geschafft? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also, ich noch nicht und... No, 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 no way, Alter. Die Ballzeit ist einfach extremst schwer. Aber so war es noch extrem schwer, Junge. Guck mal, jetzt aber. So, dieser Try wird sein, Jungs. Jetzt werde ich es hinkriegen. In 3, 2... Gleich sind wir bei dem Jump. Und jetzt werde ich es hinkriegen. Ihr werdet sie... Also, ich habe nur noch eine Minute Zeit. Ne, ich werde diesmal den Jump'n'Run leider nicht beenden können. Weil dieser Part so fucking assig schwer ist, Junge. Ich habe überschreit, Scheiße. Wollte ich nicht. Sorry, Mama. Aber, Junge, dieser Part ist echt so unglaublich schwer. Und equipmenttechnisch sieht das für mich jetzt auch nicht so prickelnd aus. Muss man einfach sagen. Auch wenn ich eine Eisenbrustplatte habe. Aber Lederhose, Lederschuhe sind jetzt nicht. Jawohl. Okay, jetzt der letzte Jump. Jawohl. Part 9. Okay, aber den werde ich in 38 Sekunden nicht mehr schaffen können. Aber wenn ich mich noch mega anstrenge. Das ist ein harter Part und... Ein hard part und... No way. 25 Sekunden noch. Sollte er nicht auf die Zeit gucken. Soll er lieber mich bewöhnen. Ah, das ist das Haus. Den kann ich. Lel. So, hier oben ist die Kiste. Vielleicht finde ich da noch mega equipped. Ja, wenigstens ein Steinschwert. Und sogar noch ein TNT. Leider kein Bogen. Oh, nein, das habe ich schon. Wo geht es hier weiter, Led? Achso, hier. Genau. Gut. Aber da. Es ist vorbei. Wir sind mal im Deathmatch. Und da ist der Premium-Spieler. Der hat eine Eisenhose. Die würde ich gerne haben, muss ich sagen. Oh, der hat mich gerade mehr gehetet als ich ihn. Aber... Jawohl. So, das machen wir kurz ab. Bevor noch jemand auf die Idee kommt, mich da rein zu boosten. Komm mich, Bubi. Tun wir so, als würden wir weglaufen. Ich könnte gerade TNT nicht planten. Oh, da kommt der Premium-Spieler wieder. Ja, boost euch so ein bisschen. Ich lauf mal weg. Ich lauf mal weg. So. Ich glaube, ich kann mich jetzt wieder einmischen so ein bisschen. Also Premium-Player auf jeden Fall wieder mit seiner Regeneration. Oh, Leute. Hinter mir ist einer. Warum sagt mir das keiner? Boah, wie erreckt mich jetzt? Na, der erreckt mich jetzt. Haha. Alter, ich bin in der Sankt-Gasse. Tschüss, euer Lieben. Ich hätte TNT planten sollen. Ich hätte die so gefickt mit TNT. Ich schwöre, Junge. Ich schwöre. Aber gut. Eine schöne Runde, Jump-League. Immerhin. Was sieht er da mit der Lederrüstung? Das ist noch einer. Greif mich nicht mit. Ein Junge. So. Zack. Und da ist er down. Okay. Hat er einen Bogen. Jawohl. Okay. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Ich bin Full Iron. Jetzt kannst du mir nichts mehr antun. Jetzt läuft es auch sogar weg. Der ist auch Full Iron. Oha. Seine Hits. Junge, Junge, Junge. Junge, seine Hits. Habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Hat er richtig die Hits verballert. Ich muss ihn ein bisschen in den Bus bleiben, glaube ich. Der ist der Einzige, der noch lebt. Okay. Er hat noch zwei lebt. Nicht nur eins. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber er ist auch Full Iron. Okay. Ich kann euch wieder weg. Ich kann mich wieder boost spammen. Okay. Chill. Junge, oh shit, ein Herz. Richtig knapp, richtig knapp, Junge, richtig knapp. Okay, ich habe nur vier Pfeiler. Muss ihn immer in der Nähe sein, denke ich. Ist auch ein bisschen weg. Ich will nämlich noch Full Regen. Und vielleicht einen besseren Place zum Fighten finden. Wo ist denn der? Ist in die Richtung. Ich habe seinen Namen gesehen. Come on. Wo ist denn der? Wo bist du? Peter. Er schaut doch, wo bist du? Hier bin ich. Okay, läuft wieder weg. Wo ist denn der hin? Hä, läuft der jetzt weg oder so? Es liegt wahrscheinlich um die Hecke oder so. Ich weiß es nicht. Come on. Wenn wir jetzt noch einmal töten könnten. Das wäre so schön. Der versuchst mit TNT, alles klar. Junge, seine Hits, Alter. Sind so fucking OP, Mann. Jawohl, GG. Boah, GG. Hacker. Ja, ja. Ich bin ein Hacker. Kapazuni natürlich wieder am Start. Wie immer. Und machen wir noch kurz den Moonwalk. Weil wir so unglaublich gut fahren. Oh yeah, Baby. Oh yeah, that Moonwalk. Besser als Michael Jackson. Besser als Michael Jackson. 10 von 10. 10 von 10. Bewertet mal meinen Moonwalk in den Kommentaren. Und, ja. Keine Ahnung. Was könnt ihr noch so in die Kommentare schreiben? Schreibt mal in die Kommentare. Hier ist ein Slime, okay. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Spaghetti mögt. Ja. Aber so nicht Spaghetti so, sondern generell Spaghetti zum Futtern. Ihr wisst schon Bescheid. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Macht's gut. Und Tschüss. 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 Tschüss.